Die Universität Bayreuth verleiht die Würde eines Ehrensenators an Henry Schramm. Die politische Karriere des oberfränkischen Bezirkstagspräsidenten begann im Jahre 2003. Als Direktkandidat des Landkreises Kulmbach wurde er Mitglied des Bayerischen Landtags. Drei Jahre später, 2006, folgte die Wahl zum Oberbürgermeister der Stadt Kulmbach. Dieses Amt bekleidete er bis 2020. Seit 2018 ist Henry Schramm Bezirkstagspräsident von Oberfranken. Seit Beginn seiner beeindruckenden politischen Laufbahn hatte er es sich mit Weitsicht und Engagement zur Aufgabe gemacht, die Region Oberfranken im Inneren zu vernetzen und nach außen zu stärken. Scharfsinnig erkannte er dabei die Schlüsselposition der Universität Bayreuth und ihre Strahlkraft für die Stadt Kulmbach und das Umland. Mit viel Kraft und Herzblut und auch mit dem notwendigen Maß an Hartnäckigkeit verknüpfte Henry Schramm als Oberbürgermeister der Stadt Kulmbach Wissenschaft und Wirtschaft im Landkreis und in der Stadt. Er setzte alles daran, Kulmbach zum Universitätsstandort zu machen und so Innovation und junge Menschen in eine Stadt zu holen, die stark vom demografischen Wandel betroffen ist. Er suchte den aktiven Austausch mit der Universität Bayreuth und fand bei Präsident Prof. Dr. Stefan Leible und Kanzler Dr. Markus Zanner offene Ohren. Zusammen mit dem Gründungsdekan Prof. Clemens entwarfen sie mit enthusiastischem Tatendrang und konstruktiver Kreativität die Vision einer siebten Fakultät an der Universität Bayreuth am Standort in Kulmbach. Inzwischen ist der Lehrbetrieb gestartet und studentisches Leben in Kulmbach sichtbar. Ohne das eindrückliche Werben auf politischer Ebene wäre aus der gemeinsamen Vision freilich nie Realität geworden. So konnte er nicht nur den damaligen bayerischen Ministerpräsidenten Horst Seehofer, sondern auch die gesamte bayerische Staatsregierung von diesem Leuchtturmprojekt überzeugen. Am 20. Juli 2017 war es dann schließlich soweit. An diesem Tag beschloss der Ministerrat während seiner Kabinettssitzung im Kulmbacher Rathaus den Aufbau eines Hochschulkampus in Kulmbach. Keine zwei Jahre später folgte bereits die feierliche Eröffnung der neuen Fakultät 7 für Lebenswissenschaften, Lebensmittel, Ernährung und Gesundheit. Wie so oft, wenn Henry Schramm etwas in die Wege leitete, gab es nicht nur einen Gewinner. Denn neben dem Standort Kulmbach eröffneten sich auch für die Universität Bayreuth völlig neue Entwicklungschancen. Wann gründet man schon mal eine neue Fakultät? Mit dem Profilfeld Lebensmittel- und Gesundheitswissenschaften war das wissenschaftliche Fundament schon vorhanden. Über die Nähe zu den in Kulmbach bereits ansässigen Unternehmen, dem Max-Rupner-Institut sowie zahlreichen bayerischen Behörden im Lebensmittelsektor, fügt sich die Universität harmonisch in ein Milieu eine Näherlösung quasi, die auf einem gesellschaftlich hochrelevanten Feld künftig Erkenntnisse auf einem noch höheren Level erwarten lässt. Die internationale Sichtbarkeit Kulmbachs hat schon begonnen. Angesichts dieser positiven Entwicklung ist es in der Rückschau vielleicht kein Fehler, dass der erste Plan, Henry Schramms Kulmbach als Standort für ein Gefängnis zu empfehlen, schließlich nicht in die Tat umgesetzt wurde. Als oberfränkischen Bezirkstagspräsidenten und inzwischen auch als Mitglied des Kuratoriums der Universität Bayreuth, gelingt es Henry Schramm bis heute, sich als Botschafter und Förderer des Wissenschafts- und Wirtschaftsstandorts einzubringen. Wir bedanken uns für sein unermüdliches und wegweisendes Engagement für die Universität Bayreuth mit der Verleihung der Würde eines Ehrensenators.